so meine freunde ihr wollt immer bernstein looten ihr wisst nicht wo es ist guck mal das ist so leicht orange schimmert hier ein bisschen durch und dann könnt ihr hier bernstein wenn ihr den portpunkt freigeschaltet hat düsterdick ich warte die schnellreise stellen die rätsel machen davon habe ich auch ein guide gemacht leitet ihr hier runter ins miasma und könnt hier easy peasy einfach abbauen mit glück kommt hier genug natürlich ich jetzt kein bernstein und so was habt ihr hier auch zeitgleich im boden in diesem jasma verteilt ihr müsst halt immer auf das orange achten und er zu viert den hügel abbaut geht ja vielleicht noch ein bisschen was zusammen so ich hoffe ihr habt eine gute location gefunden wie gesagt wir haben ja auch schon teilweise im boden gebuddelt ihr müsst euch nicht ihr dürft euch nicht täuschen lassen vieles ist es auch erde ihr seht mit der fackel sieht es aus alles wie erde und bernstein sieht ein bisschen anders aus so ein ganz leichten leichten tick ich lasse meine leute hier arbeiten super wunderbar also bis dann ihr habt jetzt ciao